Hallo liebe Wanderfreunde, in Zukunft reisen wir vielleicht so, bis es dann soweit ist, gehen wir jetzt lieber wandern. Wir treffen uns an der Kreuzung Brux bei Emtendorf, mit neun Personen gehen wir dann los. Unser Wanderführer heute ist Jürgen. Das Wetter zum Laufen heute ist sehr gut. Es sind schon sehr viele Blätter gefallen und es raschelt schön beim Laufen. Schaut euch diesen schönen strahlenden Himmel an. Ein Stück über das Feld und dann geht es wieder in den Wald. Und irgendwann war eine Pause fest. Musik Hier oben hatte man eine gute Aussicht. Wegen der Markttage konnten wir das Gut Emtendorf nicht durchqueren, also sind wir außen rum gegangen. Musik Ja, die Küße stammt von Klaus. Musik Auch Rehe haben wir heute gesehen. Musik Ja, das war's für heute wieder. Wir sind 15 Kilometer gelaufen, bei herrlichem Wetter. Kommt gut nach Hause und Tschüss. Musik Ja, das war's für heute. Musik Ja, das war's für heute.